Das war der Nebenraum Hallo Ich bin genau in den vorderen Raum rein, aber was anderes blieb mir nicht anders übel Oh, Spieler! Wo, 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 wo! Auf den Stein, auf den Stein, auf den Stein Ach man, ich bin tot Da ist noch ein zweiter Der hat nichts an, der hat Kugeln gefressen, wie scheiße Einen hab ich Bin aber schwer angeschlagen Da ist noch ein zweiter mit Pistel oder so Das liegt auf der Klippe, die rüberfassend ablaufen Naja, der ist vorgekommen auf der Seite Er hat mir ein Bein weggeschossen, er wohnt so Vielleicht geht's ja vielleicht zweiterlei Ich hab seinen Mate auch noch angeschossen Ich weiß nicht, wie's dem geht Wie viel Moni noch? Leer, 60 Schuss Magazin, reingepretzelt in den Bastel Weiß nicht, was der andere ist Ich hab nur noch auf die Beine geschossen am Schluss Ich hab nur noch auf die Beine geschossen am Schluss Der hat Hit gefressen Der hat Hit gefressen Der hat Hit gefressen Die wollten mich umgehen, die Bastarde Die haben hier beide Beine weggeschossen, ich wundere mich Das ist so, dass du gesagt hast, das war auf dem Stein Ich drehe mich zu dem Fuck, war ich nicht Eww, war ich halt die Klippe Ich hab extra kurz vorhin da so hingeguckt von unten Ich hab nichts gesehen, deswegen bin ich hochgelaufen Und dann sagst du, ey, das ist einfach Was hier Ist der Bastard jetzt down? Kommt wieder Da bin ich alleine Ich glaub ich spinn, der lebt noch Wo ist der hin? Ah ne, der lebt nicht mehr, der ist noch tot Wer hat denn noch? Der hat sich ganz schön leer geschossen Aber warum muss ich denn mal sterben? Der hat meine die Piss Nein, 60er Magazin weggeworfen Ha, gekostektoriert All stuff Weiß nicht, was man da so reißen kann Nei Wo liegst du? Oh Dritter, dritter, ich glaub ich spinn Eilig schnell, du Bastard Ah, die Animation kannst du auch abbrechen, wenn du der linke Maustaste aufbrechst, ne? Hab ich erfahren Oh, bin ich low Du hast drei Minuten speichern Da war noch ein dritter Fullequip Hat er nicht? Nein, ich hab ihn, ich hab ihn sterben gehört Nein Ich hab ein ganzes Magazin einfach nur auf ihn draufgerotzt Hat der mich erschreckt, alter Ja Wer weiß, sammelst du doch grad gute PMC's, ja Ist halt Schnappst du das mit, was du brauchst, ey? Ja, dann kannst du eigentlich weg Noch einer? Was? Ich blute Jetzt schießt schon wieder was Fettes. Keine Muni! Boah, ich hätte nachladen müssen, hätte ich ihm in die Frisse geschossen.